Ich muss ja, Junge, ich nehme glaube ich die AEK wieder, wenn ich gleich so auslaßt, bitte. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Sind wir wahrscheinlich nicht im selben Team dran? Nein, natürlich nicht. Wer muss wechseln? Wir müssen beide wechseln. Team Setup, Junge. Ich habe jetzt einmal gedrückt. Dann tun wir jetzt auch mal zu mir und dann? Auf jeden Fall. Bombe, wahrscheinlich ja Junge. Schlechtes Squad wieder. Natürlich schlechtes Squad. Es ist immer so, man kommt immer, es geht los erstmal im schlechten Squad, aber letztes Mal haben wir es noch alleine gerissen, das war Bombe. Ja Junge, das war auf jeden Fall. Feri fragt, wie war euer Ja so? Ja so. Wenn du fragst, wie mischt das jetzt? Junge. Ähm, erzähle ich einfach mal. Naja, es ging. Hätte besser sein können. Ein Motorradunfall weniger wäre auch schön gewesen. Obwohl, ne eigentlich nicht. Dann hätte ich jetzt mal eine geile Maschine. Ich würde sagen, wir hätten eine neue Maschine. Ah, na gut. Ansonsten, ja eine neue Freundin kennengelernt. Eigentlich hier. Dank dir auf jeden Fall. Junge, hier liegt C4, pass auf. Ich kann mich schon denken, der campt irgendwo da oben im Gebäude drinnen? Ne, ne. Ich stehe hier weiter einfach. Oder auf dem Dach, das kann nicht viel auch sein. Also an sich das ja, auf jeden Fall. Doch, war ganz solide. Muss, muss man mal sagen. Oha! Mit C4, oder? Von uns? Von der Reihe. Das ist schon was. Was? Wo ist denn der? Wenn du hier raus gehst, oben direkt auf dem Dach sind glaube ich welche. Ah, Junge, den. Den hast du mir noch genommen, Alter. Ah, scheiße. Das ist immer das Problem, liebe Leute. Das ist genau das Ding. Junge, da ist Spawn noch einer, pass auf. Junge, drei Stück jetzt an meiner Leiche. Das ist das Problem, man muss immer auf diese scheiß Noobs aufpassen. Deswegen habe ich nach oben geguckt. Und nicht direkt vor mich, weil ich dachte, über mir die sind wieder auf dem Dach und campen da rum. Deswegen war mein Blick als erstes da. Scheiße. Wenn ich das hier campe, ich lad mich nur kurz auf. Nein. Schon für den Punkt rein. Pass auf. Jetzt bin ich da runter unterwegs, ja. Dann komm ich schon wieder hoch, oder? Ja, Junge. Nee, nicht da dann aus und rum, Junge. Pass einfach auf. Pass einfach auf. Wenn wir auch nicht runter gehen lassen, da ist ein Flamer. Kommt auf jeden Fall einer, glaube ich. Das ist schon der Scheiße, weil wir jetzt nicht gerade wissen, ob diese Scheiß das Noobs hier auf dem Dach gerade unterwegs sind. Ich glaube nämlich schon. Bäm, hab ich ihn gekriegt, Alter. Seine Claymore zerschossen und da ging er drauf. Loser Rumi singen. Du bist eine Ehlibe. Das hat er davon. Oh, was war denn das? Na gut, den hab ich, den hab ich. Ich weiß nicht, ob da noch... Den auf jeden Fall. Den hab ich da auch, Junge. Jetzt werf was raus, werf was raus. Dann müssen wir gleich oben auf der anderen Seite mal gucken. Oh, oh, oh. Dann ist er in das Fass reingelaufen. Und da kommt einer, da kommt einer. Au, oben, Junge. Pump kann nur zwei stark. Saiger hatten wir. Saiger. Oh Gott, ey. Jetzt wird's richtig erbärmlich wieder hier. Ja, guck mal, der hat vier Kills jetzt geholt. Fünf, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber halt vier Kills holen mit einer Saiger ist halt einfach... Ja. Dürfte gar nicht zählen. Da müsste man eigentlich vier Tode kriegen für. Ja, auf jeden Fall. Dürfte gar nicht zählen. Hier in der Bude sind auf jeden Fall richtig viele. Alter Vater. Alter Vater. Vor allem da ist jemand aus unserem Team hinter uns und er hält uns nicht. Lass ihn jetzt vorgehen. Heil dich, heil dich, heil dich. Wie er nen Ding gekickt hat. One Shot Eagle. Das war Bombe. Junge, der ist halt geil, ne? Oh, da kommt einer rein und kriegt auch wieder direkt nen Header. Header, der ist halt geil, mein. Die sind alle auf dem Dach, die Wichser. Die sind alle auf dem Dach, die Wichser. Ach du Scheiße, Junge. Doppelkill, Doppelkill mit der Impact. Doppelkill mit der Impfung, der ist genau schön lange. Ja, das ist geil, mein. Ah Junge, shit hinter uns ist auch einer, warte mal. Ah shit, da kommt auch einer, Junge ich bin dauernd. Ah, ärgerlich. Ist das schon wieder dieser Stoff? Junge, der war doch vorhin auch da. Hey Junge, wir haben ihn noch eingeholt, wir könnten sogar noch gewinnen. Schlimmster Spawn. Nein, 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 direkt vor mir und er hat mich nicht gesehen. Das ist natürlich gut, kriegt er gerade noch ein Ding. Das hier ist der schlimmste Spawn, weil ihr lauft 5 Meter nach vorne, wirklich ohne zu übertreiben und es spawnen Gegner direkt wieder hinter euch. Also das ist richtig übel. Wenn ich jetzt wieder sterben würde deswegen. Elende. Geht schon wieder los, Junge. Auf jeden Fall. Wir könnten nur noch gewinnen. Na Junge. Mal wieder nach hinten gucken. Da ist noch einer, gar nicht mal ein. Scheiße. Einen Jungen, jawoll! Jungen, streb angeblich nicht. Oh, da haben wir doch gewonnen! Leute gebt euch das bitte mal, ins schlechteste fucking Team gekommen Und dann auch alle abgezogen, ey, so sieht's aus So spielt man, so nicht anders Boah, wie wenig man einfach nur aufsteigt, das ist ja lächerlich Was haben wir denn, ich war nicht mal Erster, was habe ich denn, 13,3, das ist in Ordnung Ja, 33,4,33 KD, das ist okay Hätte besser sein können, aber kann ich mit Leben voll und ganz Leute, könnt ihr mal in den Chat schreiben, was holt ihr euch für nächstes Jahr Was habt ihr euch so vorgenommen, was für Spiele interessieren euch nächstes Jahr, die rauskommen Was ihr euch auf jeden Fall holen werdet, könnt ihr einfach mal in den Chat schreiben Damit hier mal ein bisschen Rotation reinkommt, oh da läuft schon der R Ah, schade, dahinter ist noch irgendwo einer Ja, und da gibt er mir, da gibt er mir Oh, jetzt wollen sie es natürlich alle holen, glaube ich Hier ist auf jeden Fall, läuft noch einer, oder der ist auf dem Dach, das kann auch sein Jawohl Hier kommt glaube ich gerade einer runter, oder doch nicht, oder doch Oh, zwei Stück Oh, schöner Double Kill direkt hier zu Beginn im Keller so sieht das aus. Junge, hast du dich gebootet aus Versehen? So, nochmal Double Kill. Ah, kommt einer runter, den nehm ich auch noch mit. Jawoll, jetzt wollen sie hier von überall. Maxi jetzt da hinten, guck da, okay. Junge, jetzt. So, den nennen wir auch mit. Ah, Junge, ich brauche hilf dich, Frau Hilfe. Da kommt noch einer runter, glaube ich. Ah, Junge. Huch? Sind wir wach? Ach, komm! Elende, was da los? Ah, Junge, du sagst, das ist da zwei, komm, Alter. Ich bin doch da. Oh Gott, Alter. Junge, da kommen gleich noch mehr. Ja, Junge, vier, vier, gut. Jetzt, jetzt lädt's. Ich hasse diese Web, ich mag die übertrieben, ich auf keinen Fall. Ja, die Web ist einfach für den Arsch, warum wir jetzt auch immer hier unten gammeln. Junge, bei mir ist einer. Junge, noch einer. Ah, Junge, bin down. Der hat noch 34. Der wiederbelebt den anderen. Junge, da kommt noch einer, werft ne Granate einfach. Du bist so witzig, Alter. Ey, guck hier, hast du einen gekriegt, oder? Ah, scheiße! Ah, da wollte ich wiederbeleben. Manchmal geht es aus der Entfernung, manchmal nicht. Ja, und Battlefield Hardline werde ich mir auf jeden Fall auch angucken, das dann eventuell holen. Hi, King Krone. Hab keine Ahnung, was nächstes Jahr alles so kommt. Ja, das stimmt wirklich. Also, Bloodborne wüsste ich ja auch noch. Ansonsten... Irgendwie habe ich da auch ein bisschen wenig auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Hardline war ich schon mal die Beta ab, das ist nicht auf zuhundert Prozent. Aber Bloodborne auf jeden Fall. Ich glaube, von hinten kommt aber auch einer, jawoll! Alter, Vater! Ach komm! Will der mich schlafen, oder was? Oh! Automatik ran! Panatwerfer, jetzt gehts wieder los! So talentfrei! So absolut talentfrei! Alter, was ist da unten? Da sind so viele Leute gerade! Die pure Schlacht, ich verpasse sie! Ärgerlich! Weil ich von so einem Dreck Snoop gefehlt werde! Gibt mir von hinten Deckung, Alter! So, da haben wir noch einer, da ist aber noch einer. Ich sehe die ganze Zeit diesen scheiß Laserpoint, oder? Von dem. Oh, Alter! Du, hier kommt Deck! Jungs, gibst du mir jetzt Dreckung, oder? Ich komm hinten jetzt. Ah, Jungs! Jungs, du guckst dir nachher! Jungs! Jungs, du guckst dir nachher im Stream an! Da kamen drei Stück! Ich bin doch nicht bei allen mit einem Englern, bin ich tot, Alter! Du bist so alleine, du! Dann sind sie zu einmal, decken hier und dann raus. Auuuuh! Hey, Junge, ich hab denn ein und ein... Jungs, du wirst dich einmal angehittet! Jammer mal nicht rum! Ach, du Scheiße! Hey, 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 willst du mich verarschen? Guck mal, wie der Kind ist es denn? Ist so lächerlich! Wie sind die Kindsherren, ich glaube ich! Hey, Junge, dann sieh zu, dass du's nochmal kriegst! Ah, Jungs! Dann kämpf eine Ecke! Guck mal, links! Links, jäck, links! Ah juhu, rechts auch. Junge auf jeden Fall. Ey Leute, guckt euch mal das, meine ich, dieses Spielverhalten, das ist einfach unter aller Würde. Links kämmt einer, hier, guckt, da ist er schon wieder im Eck, rechts kämmt er einfach und das ist billig. Wir waren zwar auch im Keller, aber wir haben nicht gekämmt. Wir sind da rumgelaufen von Deckung zu Deckung. Aber einfach so. Ach komm, steht da schon wieder einer. Willst du mich schaßen? Das ist der Huhn und der Wolf, Alter. Der geht mir allen hinterher. Ah Junge, genau dieser Stoff, genau. Genau, wichser. Es ist nur noch 5, kommt von your floor, erledigt sie alle. Wie kann man denn nur so Lupa-Stil? Ach du Scheiße, Alter. Kommt du da? Junge, blöd, ja, bin tot. Automatikra... Oh, oh, wieder der Killer. 1, 1, 0, 4, 1, 7, 7, 9, 9, 7. Ey, wirklich Bombe. Er ist sogar ein Deutscher. Der müssen wir direkt eigentlich mal anschreiben gleich und sagen, was er denn für ein Noob ist. Hallo, wie oft ich jetzt einfach Killhilfe habe, alle lecken mich am Arsch. Ey, das sind schon wieder so Leute, die jetzt gerade schon wieder spielen. Das ist einfach nicht wahr. Diese zwei Killhilfe, wie der mich jetzt zweimal geholt hat und ein scheiß automatisch Granatwerfer hat, das ist so billig einfach. Irgendwann ist da alles gut? Ja, deck mich mal, deck mich mal der Drift ab. Jo. Ach, scheiße, Blumseuer, ja, da warst du bis Geburt. Einen bei mir. Alter, nur die, nur die, nur die. Schade, ey. Oh, sag, Luki, schon wieder killt er mich. Ey, es ist so, ey, dieser Typ ist so ein Bastard. So ein dreckiger Bastard. Ach, ich bin nicht, alles habe ich dir. und das sind halt wieder diese art von leute da könnte ich einfach zu viel kriegen das ist jawohl da habe ich den letzten geholt schön in den kopf glaube ich drei tode bei mir kannst du gerade abziehen wegen dem noob der hat noch besser versorgung zu unterdenken jetzt geht meine karte direkt wieder runter ich hab mir unter zwei gefallen unter zwei gefallen ähnlich also direkt 0,02 schlechter also das ist lächerlich na guck dieser stoff da oben der war drin dieser wichsel hat die ganze zeit aufgekämpft ist jetzt so richtig schlecht richtig schlecht das ist eigentlich schon schlimm dass du dich von so leuten die nahe hältst ja wie oft du die eigentlichsten siehst das ist schon krass schreibt einer aus dem chat gerade ich komme gerade erst rein das erste was man hört fast ja so wahrscheinlich ich sage das nicht ich wahrscheinlich das muss das alles eigentlich wegpiepen was ich alles sage ja wie soll ich das live wegpiepen das war ein spaß ich finde den schalli nicht so geil ich weiß auch nicht du kannst dich alle von hinten schönen eggschnitzeln ohne dass es mitbekommen ja irgendwie stimmt schon aber irgendwie ich weiß nicht da geht halt auch die stabilität wieder runter da oben könnte einer sein naja sieht gut aus so direkt die bar immer übernehmen killhilfe jawoll ah scheiße wir haben die führung übernommen jetzt kriegen wir sie von hinten kommt auf jeden fall auch einer da ist jetzt ums eck ah Junge warte 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 ne wo ist er denn jetzt ah shit da ist noch lange gespawnt ah Junge da kommen richtig viele ja Junge ah Junge kommt er da hoch kommt er da hoch Junge er kommt hoch er kommt wieder hoch er kommt wieder hoch ja Junge ich wohne direkt ach komm Junge der kommt von hinten welche zwei stück in der zahl drei drei ah Junge kommt ah schade ne ich bin down zwei Jahre schon immerhin ah ok jetzt sind wir hier hinten schon wieder eine scheiß position hin das mag ich gar nicht oh oh jetzt hat es gleich geleckt aufpassen ich habe einen feindlichen Soldaten gesichtet ich habe das ungüte Gefühl dass ich gleich sterben werde wo sind denn unsere Sanis unten im Granatwerfer das sind Loops das sind richtige Loops wo ist rechts rum denke wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen das die Bar wieder zu stürmen weil die ist einfach der geilste Spot weil die ist einfach der geilste Spot ich fahre alles um mit den linken ja ok eigentlich war hier eben ein Sniper keine Ahnung wo der hin ist den habe ich wohl gespielt also wieso kein HD das Ding ist ich habe es auf hoch gestellt einfach nur und selbst hier lag es ab und zu und wenn ich glaube ich auf HD stelle oder bestmöglich HD wir machen den Siegkasten und der ist schon gesetzt ach du scheiße ach du scheiße hol dir das Medikin ah shit jungen von hinten kommt dann hoch huiuiui huiuiui huiuiuiui huiuiuiuiui und ich habe einfach keinen Bock dass es die ganze Zeit irgendwie total am rumlecken ist am Stream oder gerade auch bei mir beim Zotten ich weiß gerade absolut nicht wohin ich bin voll überfordert gerade entdeck mich mal ja bist du lustig ach scheiße irgendeine Granate ich glaube da kommt wieder einer von der anderen Seite mal rein schau dir auf den Cybercaut ach Junge bin da uuuuh uuuuh professioneller Camper professioneller Camper der muss der muss der Junge wenn du reinkommst direkt links aller 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 komm na Junge wollt ihr mich Junge da habt ihr noch schön gefeated den Tyb Junge da saßen aber drei da saßen zwei den Eck und einer kam vom draußen rein das ging weisste und so das Problem war Sonst dachte ich, okay, die anderen zwei holen den weg und der zwei können sie wieder überlegen. Ja gut, dann sie kriegen kannst du das. Hallo! Ah ja, keine Ahnung, das ist der Arzt, oder? Ist mit dir los? Ah, nein, keine Ahnung, das ist der Arzt, oder? Ah, Junge, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Oh, scheiße, Alter. Was ist denn noch da von da hinten? Das ist der Scheiße wieder, ne? Ah, mit der Wand, wenn die hier weg ist, ist das halt einfach der größte Scheiß. Weil man einfach von hier keine Deckung mehr hat. Wo man jetzt von allen Seiten... Alter, wo kamen die denn jetzt her so schnell? Na, Junge, ich kann versuchten. Ach, Bulldog, ey. Was gibt's hier so schönes? Herr Max Kogler, Lukas Darderstadt, wie bist du denn? Ich hab'n Brief vor. Wie ein Weihnachtsgarten, glaube ich. Plex Superman, danke fürs Follow. Was ist denn das hier? Das ist die Scheiße. Ach, das ist doch... Einmal hab' ich da bestellt, dann schicken wir sie zum Weihnachten. Na, Junge, wir wollen nicht direkt wieder... ...locken. Steht oben ist einer, unten ist einer, hab' ich grad gesehen. Der hochgerannt. Ah, Junge, unter, unter. Muss, der muss, der muss, der. Ja, ja, hab, hab, hab. Aber wo ist denn der Kollege, der hier hochgerannt ist? Na, Junge, der ist direkt weggelaufen. Na, Junge, die spawnen da grad alle, die spawnen alle! Mann! Scheiße! Es ist aber auch, Junge, ich hab' jetzt neun, fünf, Junge, ich brauch' noch drei Kills, das geht hier doch hin, oder? Na, Junge, zwölf, zwölf, fünf, Alter, was ein Scheiß! Ach, doch, Scheiße! Da bin ich, du, bist gekommen, Alter! 14,5, trotzdem immer noch Scheiße. Das ist richtig schlecht gewesen, die Runde. Oh, Battlelog schenkt mir einer, hab' ich wenigstens ne glatte 3,5. Oh, ich hab' einen Schally! Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab! Na, Junge, dann muss ich noch ein bisschen weg. Ich muss jetzt mal zeigen, was du kannst. Ja, also. Jetzt kommt eh, Junge, was kommt denn jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht. Jetzt sind aber auch so viele schon wieder rausgegangen. Ein komplettes Quad ist einfach schon leer. Scheiße. Ich hab' heute keinen Bock zu verlieren, Junge. Na, Junge. Ja. Mhm, 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 mhm. Jo. Ach so, Scheiße. Dreck hier. Äh, das Fenster wieder länger dauert, als wir jetzt wissen. Oh, halt mal. Halt jetzt hier. Na, das tut mir nicht, ich will nicht ab. Flutgebiet kann gut laufen. Muss also. Ich weiß nur, wenn man eine Piste suchen, lieber Bomben. Ja, auf jeden Fall. Na, der Spawn ist für'n Arsch. Der ist richtig für'n Arsch, der Spawn. Mh, Bellpickfleisch. Mh. Mh. Oh, ja. Ich komme. Mh. Warnung. Ich muss mal, mal Weinblatt hin. Gut gemacht. Wir haben gerade den ersten Feind erledigt. Klingt zwar gar nicht, aber... Hier. Was hilft dir wieder auf die Weiden? Ich weiß ja mal anfangs nie wohin, äh. Oben im Haus sind auf jeden Fall welche. Warte mal. Ich glaube, wir gehen einfach hier hinten rum. Wir müssen uns alle überlegen. Oh, da rechts, da rechts. Wo ist denn der Liste hin? Ja, wieder da geschrieben. Optimus. Wer ist das? Meine Einladung. Ja, der Krieg bricht aus. Ja, der bricht aus einfach. Ja, wo bist du? Ja, hinter dir. Ich finde diese Position scheiße. Ja, da laufen woanders hin. Ah. Ja. Will der uns holen, oder was? Ich geh jetzt unten rum und geh hinten rum. Ich hole die Schülmer hinten weg. Ja, das war auch meine Frage. Ich schnurke kann orientieren hier dann. Jungen, lass mich zuerst schießen. Ich hab Schalito. Ja, ich hab auch Schalito. Ja, du hast auch Schalito. Bummel. Richtig Bummel. Oben auf jeden Fall. Jungen, von hinten. Junkerbänder. Jungen, gib den. Der kommt mal nie rum, oder? Jungen, von ganz hinten bei mir. Shit. Jungen, Jungen. Der gibt mir jetzt noch Zahn. Halt. Oh, oh, jetzt kommen die, jetzt kommen die. Ah, Jungen, da wollte ich zu viel. Ah, schnell rein hier. Der hat noch 21. Schön damit, Jungen. Wir übernehmen die Führung. Ah, nein. Oh, 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 oh. Andere Seite, Alter. Jujujujo. Oh, rechte Seite. Nein, nein. Oh, das gibt es nicht. Mach der Granate Pingpong mit mir. Das ist nicht gut aus, junger Hacker. Na, da haben wir noch kurz rückchen von mir. Ha, ha, ha. Schnaller, ha, ha. Da ist dein Medikin. Los, fix aus. Fixer. Jungen, bei mir zwei Stück. Bin down. Einer noch. Er ist direkt um die Ecke. An meiner Leiche. Er kommt, er kommt, er kommt. Ach, du Scheiße, das ist schon wieder viel zu krass hier drin. Wir müssen hier oben wieder raus, weil die kommen jetzt andauernd hier rein. Jetzt nochmal jede Seite abdecken. Jetzt gehen die da auch lang, Shit. Ja, da bist du. Ich bin noch oben. Aber draußen. Ah, Jun, bei mir, bei mir, bei mir. Wo ist denn der Kollege hier angeblich? Unten, oder was? Hier ist der Kollege, da ist in die Ecke. Ich bin schon seitdem, oder? Wenn sie sich nicht mehr wirken, dann. Wir haben die Hälfte geschafft! Ach Junge, ich bin down! Ich bin krank unten, Alter! Fuck, Alter, ich wollte hier den anderen aus unserem Team wiederbeleben. Das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen! Ja, auf keinen Fall. Hätte ich es mal lieber gelassen, würde ich jetzt noch leben. Das ist wieder für den Arsch. Wo war der denn? Hier oben. Ah, nein! Nein, das ist dumm! Die Schatten da vorne rauskriegen, warum mache ich das denn jetzt mal? Alter, das ist so lächerlich, Alter. Ich habe vier HP. Ich habe vier scheiß HP. Da kommt einer. Okay, Hilfe, Alter. Mach mal, schnell, 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 schnell! Mach mal! 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 Ich dachte, er lebt noch. Ich bin schon wieder hier hinten in dem Eck. Komm, Double Kill, Double Kill, Double Kill. Hilfe, was? Ja, komm vorne ein rum, vorne ein rum. Ach man, da snipet mich auch irgendjemand. Ist mit dir kaputt, dich hol ich auch noch, jawoll. Jetzt hast du mir die auch abgestaubt. Da ist wieder ein scheiß Sniper, jetzt kriegst du direkt eine Packung. Ja, aber da ist auch ein Sniper, guck mal, da haben echt nichts. Ja, stimmt. Hehehe. Ja, Bomber, Bomber. Ja gut, die haben dann Spawnschweig, scheiße. Ja, wie oft soll ich seinen Kopf denn noch treffen? Ah, einer, einer konnte auch noch spawnen oder sogar mehrere. Jawoll, Sniper gegen Rifle. So siehts aus. Ach man, da sind immer noch, ich will eigentlich mal woanders hin. Junge, da kommt einer jetzt auf dich zu. Jawoll. Junge, siehst du das? Junge, ich bin mal anders jetzt. Junge, bei dir irgendwo ist einer noch. Das ist interessant, dass ich einfach niemanden sehe. Oh, was für Lutsche, Alter. Vorsätze für das neue Jahr. Noch besser zocken. Ach komm! Er lebt doch die Katze am Arsch, Alter. Mann! Was ne Scheiße, mach dir das. Noch 5, dann sind wir doch hier los. Habt euch noch mal raus. Oh, wer hat den geholt? Wer hat sehr gut. Einer von uns. Nee, ernst gemacht. Vorsitz fürs nächstes Jahr, eigentlich nö. Man hält sich eh nie dran. Von daher braucht man da gar nichts zu überlegen. Ah, nein, kein Schuss mehr. Shit. Ah ja, der will mir geben. Ich hab's genau gesehen. Gewonnen! 18-1! 1. 2. 3. 5. Das ist trotzdem nur 3 Kommen, oder? Ah, Junge, das ist trotzdem, Junge. Erstens der eine tot hätte nicht sein müssen, mindestens der eine tot. Und dann hatte ich wieder, Junge, warte. Kittel ist das, Wurbel, hatte ich einmal bekommen. Dann kannst du auch schon wieder, wie viel sind das, 5 Kittel? Rechne mal auf 5 Finger drauf an. Das ist lächerlich, hieß das. Jedes Mal wieder. Ich meine, wenn ich 2 bekommen würde, wäre es mir egal. Dann würde ich von einem Auftrag abschließen. Aber so ist es scheiße. Wenn wir shitteln die jetzt alle nur an, dann reicht es, ich müsste 10 Leute anhetten, und dann müsste ich nur 10 Leute umbringen. Ich glaube, so in einem Team Deathmatch oder Squad Deathmatch kann man das nicht schaffen. Doch, im Team Deathmatch vielleicht schon, aber... Im Squad ist das, glaube ich, zu krass. Ja, Junge, die kannst du mit der Drohne rumfliegen. Wenn ich die alle weghole, Junge, musst du eigentlich... Nein, Junge, musst du ja Schaden machen dafür. Sonst kriegst du ja nur... Okay, das ist alles der Spotting. Nein, Junge, sorry. Mein Fehler. Mein Fehler. Junge, guckst du hinten? Nein, Junge, ich such's, wenn ich da bin. Ja. Okay, das war der erste Strauß. Weitere Folgen. Komm los, Alter. Den hab ich direkt weggeholt, Alter. So, wenn man hier spawnt, liebe Freunde, das ist das Allerschlimmste. Na, hier, den gib mir. Na, tschüss. Ey, willst du nicht verhaken, Alter? Das kann doch nicht sein. Ich geb den 100, Alter. Wie gesagt, das ist der schlimmste Spawn hier, Mann. Ich könnte jetzt hier stehen und es kann sein, zack, das ist jetzt einer, der spawnt und man kann ihn einfach direkt wegholen. Das ist richtig mies. Ja, Junge, die zwei, die zwei. Den anderen hab ich. Den anderen hab ich. Hier liegt sogar Schuss, Junge. Wenn du Schuss brauchst, hier hinten liegt. Komm, wir gehen über ein paar Punkte. Ja, Junge, ein... Jo. Man könnte ja wirklich eine Runde einfach komplett hier hinten gammeln. So richtig nubig. Einfach so. Und dann immer warten. Ja, das ist richtig. Da oben, warum ist der jetzt gestorben? Ich will jetzt hier gerade nicht weggehen, warum ich jetzt einfach hier bleib, weil die zwei Leute da sind. Wenn ich jetzt hier den Rücken hindrehe, kannst du halt seinen Zecker hinter mir spawnen. Oh, Sniper. Der gibt mir jetzt wahrscheinlich. Jawoll. Elende. Muss der, muss der, muss der. Ah, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jetzt geht einer von uns hin, dann kann ich auch mal weg, dann guck ich mal gerade unten. Jetzt drückt meine Nase, shit. Scheiße. Ja. Ich bin immer einen Schritt zu leuwen. Oh, dieser scheiß Leiber, Mann. Junge, der kommt hinten. Ja, Junge, ich sehe das auftaucht. Oder, Junge, kommt der wieder hier durch? Eise, Eise, Achtung! Elende. Wo ist er denn jetzt? Das ist so lächelig, Junge, der kommt vorne raus. Ah, ja, Junge, jetzt bin ich, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da. Junge, hinter dir, pass auf, pass auf. Okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Boah, Alter, was ist denn hier los, ey? Junge, die gehen alle nur rum. Junge, ich renne nach vorne, Alter. Und da kackt Skype mal wieder ab, wunderschön. Hey Mann, ich schulde dir, Mann. Jetzt da ist, kann keiner kommen, das wundert mich, oder? Aber da, Junge? Ah, scheiße. Schlecht. Ah, das war nicht übel, mein Freund. Was, stand ich im Feuer drinnen? Nee, ich wurde gekillt von jemandem. Hä? Nee, im Kampf gefallen, okay. Scheiße. Oh, scheiße, da ist auch jemand. Ich renne mal gerade, ich nehme die Beine in die Hand. Und... Ah, er wurde mir, ähm, angezeigt. Vielleicht hab ich's gesehen. Er hat in die andere Richtung, in die Richtung, die hat er eigentlich geguckt. Ich dachte, ja komm, ich spring jetzt schön hinter ihn. Und, 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 und messer ihn da irgendwie weg, oder so. Und dann bin ich, ja. Das ist so mein typisches Gamer-Glück, muss man ganz ehrlich sagen. 5000 Kilometer Platz, um eine gute Landung hinzulegen. Ein Meter brennt. Und ich spring erst mal schön ins Feuer rein. Ach, es sind ja auch kaum Leute da, weil mich wundern, dass hier die ganze Zeit, dass hier einfach viel zu wenig los ist. Man ist eigentlich hier viel mehr in Bewegung, von hier hinten rennen bis nach da vorne. Okay, mach's gut. Man, man sieht sich im Stream. Oder bei YouTube. Elende. Du Elende. Junge, hast du gesehen, wie geil ich gestorben bin? Ich bin auch geil. Ich bin auch geil. Ich bin auch geil. Ich bin auch geil. Ich bin auch geil, wenn du ins Feuer hast. Junge, auf jeden Fall. Junge, wie viel Kilometer da einfach Platz ist. Und diese einen Meter, wo dieses Feuer ist. Und ich spring voll rein. Mal sehen. Lächerlich. Lächerlich, Alter. Du kannst die PSV jetzt nicht sprachgesteuert bedienen. Ich habe gar nichts gemacht. Lächerlich. Geht nicht. Habe ich irgendwas auf lächerlich gespeichert? Mir juckt schon wieder das Auge, Alter. Junge, es sind einfach zu wenig Leute gerade. Na jo, das lächerlich. Ein komplettes Squad fehlt, das andere ist noch nicht mal bis zur Hälfte voll. Oh, der wird kotzen. Der wird kotzen. Den habe ich jetzt schon dreimal gewohnt, Alter. Der wird richtig kotzen. Ja, RPG. Bist du ein bisschen dumm, oder? Bist du ein bisschen dumm, oder? Bist du ein richtig guter Spieler, bist du? Dann war'n der oben, oder? Ja, unten. Ganz hinten unten. Ganz hinten unten. Der kommt auch oben jetzt mal rein. War, Alter. Wir haben Schiss zu den Arsch, Alter. Auf jeden Fall. Dann darf mal was raus. Irgendwie wusste ich das. Ja, Junge. Irgendwie war's klar. Junge, bei dir. Ich hab' die Ehre, Junge. Junge! Mach' den Wollschot! Was?! In eurem Gebietgesicht ist over. Hier ist deine erste Hilfe, Mann. Was war's gut bei dir? Wir brauchen Munition. Nehm' die Schicksal. Was geht weiter? Eine andere Leute! Komm' nochmal um die Ecke. Komm' nochmal um die Ecke. Komm' nochmal um die Ecke. Oh, der lauft weg, von mir aus. Ah, steht da, ist noch einer. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Jetzt sind wir schwer. Da ist ein Spawn, Dings. 100 pro. Da kommen noch 7, Mann. Oh, den haben sie Tür einschillt. Der mit Kotzler. Oh, über der letzten Kugel, Alter. Und jetzt Desert. Oh, Junge, hier kommt gleich alle hoch vor uns. Nee, wir rennen alle weg. Ah, Shit, Shit, Shit. Nein, nein. Perfekte Tür. Für euch nur wieder. Das wird es super. Oh, Junge, hier. Ein Junge, hier bei mir, bei mir, bei mir. Er rennt außen rum, Alter. Jetzt ist jetzt unser Block. Gewonnen. 7-0, Alter. Junge, 21-0. 21-0 hab ich, Alter. Das waren keine Gegner, das war ein Opfer. Das war lächerlich. Wenn ich so was einen anderen Jäber da war. Oder auf... Man weiß nicht, ob ich reinkomme, oder? 7-0. 7-0. Jetzt muss man den KT eigentlich mal affengeil hochgehen, ja man. 2,02. Battlepacks haben stehen, irgendwas Neues. Hallo Internet, hallo Internet. Ach gut, das ist scheiße. Lass rausgehen gerade, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.